Im Hintergrund, Freunde, ihr seht ihr Kingdom Come Deliverance, ist ein Spiel aus Tschechien, Warhorse Studios hat's gemacht und wir werden ab morgen, morgen ist der Release, am 13.02. wir werden das ab morgen spielen am Kanal, wir werden das allerdings als Livestream spielen, das heißt, ich werde das ganze streamen in aller Ruhe, in aller Gemütlichkeit, wie man meine Streams kennt. Los geht's morgen, ich gehe davon aus, dass es erst ab 19.00 Uhr freigeschalten wird, wir werden aber nachher trotzdem reinschauen und werden nachher loslegen. Das Spiel zeichnet sich aus, weil es ein wirklich realistisches Rollenspiel sein soll und dementsprechend ich da absolut Lust drauf habe, mitleute das sowieso genau mein Thema und ich glaube, dass wir da gemeinsam eine tolle Geschichte erleben werden und erleben können. Und dementsprechend lade ich euch ein, um mit mir gemeinsam da reinzuschauen und wir miteinander coole Abenteuer erleben werden. Dann sage ich Dankeschön für euer Interesse und wir sehen uns wieder beim nächsten Video und wie gesagt spätestens morgen Kingdom Come Deliverance hier am Kanal. Bis dorthin, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!